Das Weltall, unendliche Weiten. Unerreichbar in Wirklichkeit, jetzt aber erreichbar für alle in der virtuellen Realität. Die Schweizer Universität Lausanne hat eine Software veröffentlicht, die Besuche im Kosmos möglich macht. Zehn Terabyte Daten wurden zusammengetragen, um ein dreidimensionales Bild des Universums zu erzeugen. In unserem virtuellen Universum können wir zwischen verschiedenen Maßstäben springen. Von der Erde ausgehend betrachten wir nun die großen, sogenannten großräumigen Strukturen des Universums. Softwareingenieure, Astrophysiker und Darstellungsexperten haben einen Raum entwickelt, der durch 3D-Brillen in Panoramakinos und Kuppelbildschirmen erlebt werden kann. Auch zu Hause auf dem PC läuft das Programm, allerdings nur in 2D. Es ist eine Darstellung des Universums, die dank gigantischer Rechenleistung entstanden ist. Dank der Computer sind wir in der Lage, die Entwicklung eines Teils des Universums über einen langen Zeitraum hinweg darzustellen. Dadurch können wir verstehen, wie sich die Materie im gesamten Universum verteilt. Die Wissenschaftler beschreiben das Erlebnis dank der Größenverhältnisse als besonders beeindruckend. Die Wahrnehmung durch die Brille ist fantastisch. Es ist, als würde man im Universum schweben und viel größer sein als ein normaler Mensch. Zum Beispiel die Erde. Ich habe das Gefühl, sie sei wirklich klein, wie ein Fußball. Wenn man das Universum in 3D sieht, wenn man diese Fäden, diese Galaxienhaufen, diese großen Materiekonzentrationen zeigt, dann wird einem wirklich klar, was das Universum ist. Das Projekt reicht weiter als alle schon existierenden Darstellungen des Universums. Hunderte Millionen Objekte sind darstellbar. Auch der Nutzen geht weit über Astronomie oder Astrophysik hinaus. Dieses Werkzeug kann für viele Anwendungen von Nutzen sein, zum Beispiel für die Darstellung des menschlichen Gehirns, dessen Visualisierung mindestens genauso aufwendig ist.